Ich Mausebüse einfach, dass ich... Jo Leute, herzlich willkommen! Hexe ist mit Philips. Hallo! Und wir schauen auch direkt auf den Server. Oh! Not White ist unser Server. Hallo! Ich hab mein Server jetzt auf jeden Fall ein bisschen verlängert, weil... Hä? Ich kann nicht. Mann, Paul. Was ist das denn für ein Scheiß? Was kannst du denn eigentlich? Mann, meine Zeit. Meine wertvolle Zeit drauf. Ich hab keine Ahnung, was hier gleich machen. Auf jeden Fall, die White ist gut aus. Ach, ich weiß warum. Ich hab dich auf Einstellung Speichern gedrückt. Ich bin gespannt. Heute haben wir auf jeden Fall was vor. Und zwar weil wir dieses Riesenboot am Sporn machen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Oh mein Gott! Ich glaube ich sterbe jetzt, Alter. Übrigens Leute, ich hab schon viele Leute eingeladen. Auf jeden Fall zwei machen mit. Und vielleicht darfst du mal nicht anlassen. Äh, Philipp! Ist das hier der Gute? Ja, das ist der Gute, Philipp. Lass den jetzt mal. Lass den jetzt mal. Der Gute? Der guckt, den meint ich, Paul. Das ist der richtig Gute. Das ist der richtig Gute. Das ist der richtig Gute. Das ist der richtig, richtig spitzenmäßige. Okay, warte. Wieder eine Scheiße. Ne, obwohl ich bin nicht sicher, ob das der Gute ist. Doch, aber ich glaub schon nicht. Eisen. Richtig viel Eisen. Ich bin runtergefallen, Paul. Was? Oh Gott. Was machst du denn? Hilfe, SOS. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Was hast du nochmal? Ich bin runtergefallen, auf einmal war ich hier so, äh, Massaker, Alter. Aber Herr der Ringe, äh, 3, Alter. Alter. Ich hoffe so hart, dass dein Zaun funktioniert, ne? Ich hab's wirklich auch. Weil, ich hab dich nur auf Lautstärke 10 und ich hör dich fast selbst gar nicht. Aber ich hoffe mal, dass es bei Ausnahmeldung besser ist. So looted, ne? Hast du grad gegabt? Ich bagge. So. Hast du mit, gell? Ja, weil ich bin eben fast gestorben. Wie viel lehrt hat das denn? Sechse. Also ob die jetzt Rüste machen, na endlich also, endlich. Ich frag, Alter. Paul, looted durch. Ich krieg das geländlich. Junge! Junge! Hier sind Eisenbogen, den kannst du mitnehmen. Eltern, ich bin fast tot, ne? Der Dungeon, der ist echt nie. Ich hab auf jeden Fall einen Bogen mit Power 2 bekommen. Ich weiß aber nicht, ob das ist. Paul, wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Oh mein Gott. Das, das darf ich dann, Leute. Was war das? Äh, ja, schon ein paar Diaros, äh, Sachen. Ne, Paul, guck mal, was ich, äh, was ich hier habe. Direkt, wo du springt? Ich glaub, hier ist der Finale. Ich weiß es nicht. Paul, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Halt's ab. Hast du, das war's nicht. Dann denkst du hier ausgült. Fuck. Ich, einfach mal lieber rein. Ja. Safe, safe. Geh, wir müssen ihn jetzt kriegen. Okay, äh, äh, warte, warte, voll. Der macht die ganze Hände nicht. Nein, nein, mach der nicht. Philipp, wir machen nicht. Der, 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 die Sachen kommt. Paul, sammle mal die Sachen hier ein. Paul, was war's? Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Kreis, geht noch dran. Geht los. Ehh, ehh. 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 Oh mein Gott. Nice. Hast du noch? Jume, ich hab, ich hab so gute Sachen, ne? Hoch. Ehh. Wir müssen halt so, ja, wir können Zeit lassen, das bestimmt, ja. Ja, ich bin bereit. Jume, ich hab so gute Sachen. Ich hab zwei von den besten Rüstungen. Ich hab doch gesagt, die ist immer so was tun. Schuhe und Helm hab ich. Jume. Aber wir können uns da schon mal ein Rüstung, also ein ganz Zeit machen. Für dich, oder nicht? Ehh, bist du dir sicher, was hast du dir bekommen? Was? Ehh, bist du dir sicher? Ja klar. Ehh, wir haben schon, weiß ich viel von den Blumen. Ich hab sogar einen Diamond und hab auch nochmal zwei davon. Ehh, wieviel Blumen hast du geparmt? Ja, ich hab die ja, also du musst die ja haben. Ich hab dir grad irgendwie vier oder fünf Stimmen davon gegeben. Wie viele hast du? Ich hab keine. Ja, als ob du gar keine von diesen Blumen hast. Ich hab dir die immer getroppt. Ich hab eine einzige. Eine von diesen Essenzen nur. Die anderen, sie sind noch in der Chest. Achso, ja klar. Also wir produzieren ja vor, wir haben vor drei Tagen vor produziert. Und jetzt, das Ziel nehmen wir jetzt halt drei Tage danach auf. Deswegen konnten wir halt noch nicht in die Kommentare gucken und gucken, was hier halt so uns für Challenges geht. Ja klar. Ja klar. Als ob hier direkt zwei so. Ich komm hier nicht aus dem Boot. Ich komm hier nicht aus dem Boot. Du musst, du musst so rechts kick machen. Jungen, der macht einen Herz Schaden mit dem Rollschmerz. Okay, vorhör rein, ne? Aber ich glaub, ey Junge, die machen so viel Damage schnell. Ich weiß. Ich glaub, das schaffen wir nicht. Jetzt ohne Schmerz. Eigentlich haben wir... Hast du denn mit dem Rübergang? Ne, ne, ich hab gar keinen. Ja, weil ich eben fast gestorben bin, einen genutzt hat. Aber du wirst noch einen, ne? Ja, nein. Und den anderen hab ich auch irgendwie gegessen. Kann ich nicht geben. Oh, deine Schuhe. Ne. Ich hab das gestorben. Ich bin fast tot, ne? Also, die machen so hart deine Schuhe. Ja, ich kann die gleich sprechen geben, aber ich hab sie. Ich zieh, ich zum einen. Ja. Hier, nimm hier. So. Die sind ja schon okay, aber die... Ach, die kriegt man so viel... Ich hab übrigens auch nicht so richtig auf die Uhrzeit ins Garten, ne? Ja, egal. Wir machen ja was. Wir machen ja was. Wir machen ja was. Nö. 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 Äh. Ich glaub diesen End Boss werden wir da oben nicht schaffen. Weil guck mal, wenn die schon so viel Schaden bei uns machen... Mhm. Dann komm ja auch so welche mit ihr. Äh. Ich mein Schwert ist jetzt schon halb— äh... kaputt einfach. Oh fuck, ich dachte, dass wir's gut reagieren müssen. Aber ab und zu droppen wir auch was. Generell ich so gebrochen vielleicht was. Oh Gott, ich räum' ein paar Sachen in die Dings. Ich hab' noch Ersatzschuhe für mich, aber wir haben ja nicht. Geben Ruhm auf den. Meine Merchel ist gleich kaputt. Obwohl ja oben in den Chester sind ja eigentlich Rüstling noch drin und so. Ja, das ist immer ein gutes. Oh Gott, ich sterbe. Oh mein Gott. Ey, wenn die Pippe auch gehen, ne? Oh Gott, oh Gott. Junge. Ich bin fast tot. Alter. Der Kilo ist irgendwie explodiert. Der Kilo ist irgendwie explodiert. Ne, ne, ich dachte ich glaube, sonst wäre ich wahrscheinlich auch gestorben. Ja, das wäre zu fast. Weil hier ist der Heale leuchtet. Da kommen wir erst richtig viele. Da kommen ein Powerpost. Das habe ich vergessen, aber sonst wollen wir nicht. Übrigens nur ein Bogen. Ich bin tot. Dann... Ein Herz. Ein Herz, Philipp. Boah Junge, du wärst mit Schlacht. Das ist ein Herz. Ich hab reingehört. Hinter dir. Boah, ich barge... Ich raffe mich zu. Junge, das kann nicht sein, Alter. Ok, lass gleich mal hier hinten looten, ne? Hier ist nur Essen fast dran Oh nein Oh Ich loote eben, hier ist nicht so krass das Radfahren Ist ja gut Oh Gott Ist leck bei mir voll Oh Gott Ja, ich nehm einfach mal ne Rüstung Boah, ist leck bei mir Was ist das? Schauber da ab und zu leckt Also bei mir leckst du nicht Also ab und zu bleiben, also krieg ich keinen Schaden halt Ja, aber das kriegt man auch keinen Schaden Nein, also Die bleiben halt auf der Stelle einfach stehen, man sieht, dass das halt zu leckt Kann sein, aber das ist halt so Also ich will nicht mehr mit Ok, ich geh jetzt zum Boss Ich will Na warte Wie viele Gaps hast du noch? Mh, ich hab einen halt, du hast mit 200 Ok, ich hab noch 3 Er muss one Ja, er ist bei mir, er ist da drunter Warte kurz hinter sie sind noch Lass erstmal die anderen töten Aber der muss... der... so viel hält er nicht Aber der muss... der... so viel hält er nicht Ja der So krass ist er nicht, der tankt halt nicht Warte Gott voll Paul, ich sterbe Oh nein, der... der droppt nur dieses Doppelding Also der droppt kein äh... Ninja Dick Ja egal Fille 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 Ey, ne, hätt ich im Zug statt und ich wär ich gestorben Fille 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 ja auch nicht bestätigt ich bin tot ich habe kein Ding zu jetzt seht und das ist ja o ja ja der ist auch nicht so gut eigentlich da haben wir den Namen weil ich habe ich habe er hat Ninja die dachte was bringt noch mal klaupt glaubt gut ach ja diese mit rechten oder sollen wir eben noch die die Sachen die Trudeln weil ja aber wir können noch hier einfach das was das was und wir werden in den nächsten Part jetzt mal alles in die Chef packen so das war's ciao